Aber lassen Sie mich, Herr Ernst, kurz noch bei dem Punkt bleiben. Wir haben ja gerade gehört, ja, was ist in Zeiten, in denen die Arbeitslosenzahlen sinken, dagegen zu sagen, dass jemand feststellt, sein Job tut ihm nicht gut und er sucht sich halt einen neuen. Da sagt Herr Raffelwischen, auch wenn der schlechter bezahlt ist, dann muss man den eben nehmen. Was ist dagegen zu sagen? Dagegen ist zu sagen, dass eben dann diese Jobs Jobs sind, bei denen genau in der Konsequenz diese Symptome oder diese Schwierigkeiten auftreten, über die wir gerade diskutieren. Also ich mache es mal ein paar Beispiele. Wenn wir feststellen, dass insbesondere junge Menschen nur noch befristete Jobs bekommen, 40 Prozent der unter 25-Jährigen haben nur noch befristete Arbeitsverhältnisse. Das bedeutet, sie sind natürlich auch schon unter einem bestimmten Druck, sie wollen eine Familie gründen und wissen überhaupt nicht, wie sie das einigermaßen hinkriegen sollen, weil sie nicht wissen, ob sie nach einem Jahr, nach zwei Jahren überhaupt noch beschäftigt sind. Wir haben eine ganze Reihe von Leuten, die nur noch bei Leiharbeitsfirmen beschäftigt sind, die natürlich immer unter dem Druck sind, kann ich eigentlich dort nach einer bestimmten Zeit mein Geld noch verdienen. Das ist ein ganz besonderer Druck, der auf den Menschen lastet. Wir haben die Situation, dass wir, ich habe es vorher schon gesagt, jetzt gerade in dem Aufschwung, im sogenannten Aufschwung, dass wir dort natürlich eine Vielzahl von Menschen haben, die buckeln bis sie nicht mehr können mit 45, 50 Stunden in der Woche. Wir haben Menschen, die stempeln in den Betrieben ab, weil die Arbeitszeit bei 10 Stunden täglich begrenzt ist und gehen in das Unternehmen rein und arbeiten dort weiter. Nicht, weil die doof sind, sondern weil sie den Eindruck haben, und das ist die Realität, wenn sie das nicht tun, gefährden sie ihren Job und sind möglicherweise bei der nächsten Kündigungswelle dabei. Was wir brauchen als Alternative ist, wir brauchen wieder geregelte Arbeitsbedingungen, Wir brauchen geregelte Arbeit, wir brauchen die Frage, wann ist eigentlich so ein Job befristet, wann muss er unbefristet sein. Das müssen wir gesetzlich klären. Wir müssen klären, ich weiß, dass Sie da anderer Meinung sind, Sie sind nicht in der Situation, aber viele Menschen sind in der Situation, dass sie dafür eine Lösung brauchen. Wie gilt Ihre andere Meinung? Wir müssen Leiharbeit klären, warum ist es möglich, Leute einfach zu verleihen, um schlechter zu bezahlen, als die, die sonst diesen Job machen. Das ist eine gesetzliche Frage, das müssen wir klären. Jetzt immer vorsichtig sozusagen. Ich komme aus einem Bereich, wo die befristeten Arbeitsverträge bis 40 oder 45 gehen. Kein Assistent an der Uni hat länger als ein oder zwei Jahre, keiner. Und er muss das machen, zehnmal, zwanzigmal hintereinander sozusagen. Das geht wirklich bis 40. Und dann kriegt man einen Fünfjahresvertrag und mit 45 sind sie irgendwann mal entfristet. So, das heißt auf gut Deutsch, ich kenne befristete Situationen, Arbeitsmarktsituationen. Die Universität wimmelt davon. Und trotzdem sind wir produktiv und produktiver geworden. Natürlich haben wir in Zeitarbeitsverträgen oftmals, sagen wir mal, Subsistenzminimum. Das ist völlig klar. Was ist das? Also Existenzminimum letztlich. Wir kommen kaum über die Sozialhilfe hinaus. Wir sind oft drunter, Herr Oppenberg. Wir sind oft drunter. Wir sind drunter. Das ist das Problem. Und dann, Herr Ernst, dann müssen wir diesen Menschen auch helfen. Das ist völlig logisch. Nur der Punkt ist der, wollen Sie sie jetzt höher bezahlen und damit arbeitslos machen, weil Sie dann eben halt die Produktivität nicht erreichen? Oder wollen Sie sagen, der Mensch hilft sich zunächst einmal selbst? Also sagen wir mal, auch nur bis 500 Euro. Aber er kriegt dann die ersten 500 Euro. Und das, was er dann noch braucht an den 700 oder so, das zahlen wir ihm obendrauf. Wollen wir Hilfe zur Selbsthilfe oder wollen wir eine Passivierungsstrategie, indem wir die Transfers sozusagen so hochschrauben, dass die Leute im Grunde genommen keinen Eigenanreiz mehr zur Selbsthilfe haben? Ganz einfach ein Antwort. Und das ist die wirkliche entscheidende Frage. Denn das, was obendrauf kommt, und das ist wichtig, das zahlen wir nämlich alle. Und das, was obendrauf kommt, das zahlt der Reiche von uns hier überproportional stärker. Das ist unsere Form von Gerechtigkeitsvorstellung, die wir haben, wenn wir Armen helfen. Da muss der Reiche mehr zahlen als der Arm. Und so haben wir es geregelt. So ist die Bedürftigkeitsprüfung in der Sozialhilfe, auch bei der HZG-Gesetzgebung etc. Es ist doch ganz einfach. Von Arbeit muss man leben können, das ist etwas mit Würde zu tun. Und solange es nicht akzeptiert wird, machen Sie, wenn Sie Leute, wenn Sie Leute zunimmt brauchen, dass Sie das Gefühl haben, von der eigenen Arbeit nicht leben zu können, nicht mehr das Selbstwertgefühl hinzukriegen, dass man sich selbst ernähren kann, sondern Hilfe braucht und es immer mehr zunimmt, weil wir immer mehr Leute haben, die sozusagen unter dieser Grenze sind. Dann entwürdigen Sie die Menschen und machen sie krank. Und das müssen wir ändern. Deswegen brauchen wir Mindestloch. Das eigentliche Problem ist tatsächlich, wie kriegen wir gebacken? Das ist ja unser Thema, dass die Menschen überhaupt nicht in die Situation geraten. Und da haben wir momentan tatsächlich veränderte Arbeitsbeziehungen, veränderte Arbeitsbedingungen. Und ich sage tatsächlich zu beklagen. Denn die Menschen, die betroffen sind, die haben Grund zu klagen. Die haben nämlich Grund zu klagen, wenn sie feststellen, wenn zum Beispiel, ich nehme mal noch als Beispiel, Frau und Mann arbeiten beide in Schichtbetrieb, wenn sie sich überhaupt nicht mehr sehen, weil die Arbeitszeiten so unendlich ausgedehnt worden sind. Da findet das Eheleben auf dem Zettel statt. Da schreibt er drauf, ich komme heute später und wenn er wieder kommt, steht drauf, ich habe es gemerkt. Das kann doch, bitteschön, das kann doch, bitteschön. Ja, aber das ist doch genau das, was wir zurzeit zu beklagen haben. Deswegen geht die Scheidungsquote zurück. Und da denke ich, müssen wir uns dem Problem annehmen. Wie können wir das machen? Ich habe vorher ein Beispiel genommen, bei dem Sie haben vorher die Lehrlinge angesprochen. Schauen Sie, ich habe ja mal etwas Anständiges gelernt, Elektromechaniker. Da war es eigentlich vollkommen normal, dass man nach der Ausbildung einen unbefristeten Job hatte. Heute ist es eine Seltenheit, dass der, der ausgelernt hat, tatsächlich unbefristet in diesem Unternehmen beschäftigt wird. Und gleichzeitig gibt es das Gejaule, es fehlen Facharbeiter. Wenn die wirklich fehlen würden, würden sie sich vernünftig bezahlen und vernünftig einstellen. Und das genau müssen wir ändern. Wir brauchen wieder geregelte Arbeitsbeziehungen. Gibt es bei Ihnen, Herr Kammer, vergeben Sie unbefristete Stellen im Job oder auch nicht? Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Ich fragte, vergeben Sie unbefristete Stellen? Bestimmt nicht. Wenn einer seiner Leistung nachlässt, ist er draußen. Ich meine, wo sind wir denn? Ich bin ja nicht im Beamtenstaat. Mit Verlaub, wenn Sie an der Universität Ihren Zeitvertrag nicht erfüllen und nach, sagen wir mal, zweimal, zwei Jahren Ihren Doktor nicht gemacht haben, dann fliegen Sie bei mir raus. Wenn Sie danach zweimal, drei Jahre mit der Habil zugebracht haben und Sie haben es nicht geschafft, das ist ja nicht rausfliegen, sondern ich darf Sie nicht mehr weiter beschäftigen. Haben Sie gerade gesagt, fliegen Sie raus. Wir dürfen die nicht mehr weiter beschäftigen dann. Sie müssen es schaffen oder Sie müssen gehen. Herr Raffling, das ist natürlich etwas ganz anderes, wenn die sagen, aber Herr Ernst, wir hoppeln doch von einem Einzelfall zum anderen. Das muss man ein bisschen auffassen. Also das heißt auf gut Deutsch, es gibt nicht nur unter den unqualifizierten Zeitarbeitsverträgen, sondern auch unter den höchstqualifizierten. Sie hoppeln hier von einem Einzelfall zum anderen. Also nochmal, die Arbeitswelt in Deutschland, ganz objektiv, statistisch gemessen, hat uns Menschen belastet. Klar, es hat dazu geführt, dass heute ein 60-Jähriger physisch die Konstitution eines vor 20 Jahren entsprechend 70-Jährigen hatte. Das heißt auf gut Deutsch, wir altern im Grunde genommen ganz viel langsamer, als wir es noch taten. Wir haben heute Menschen, die fühlen sich mit 70 so wie früher sozusagen wirklich 50-Jährigen. Das ist zehn Jahre Jugend, die gewonnen ist in fast allen Lebensphasen. Und dann kann man mir nicht erzählen, dass diese zehn dazugewonnenen Jahre aufgrund von Burnouts und sonst irgendwas alles zustande kommen. Das ist völlig ein Blödsinn. Es ist einfach tatsächlich so, dass der Mensch heute auch, sehen Sie, wenn Sie jemanden nehmen, der ins Alter geht, 65 ist, der ist noch gut zehn oder knapp zehn Jahre mobil. Der ist noch gesund im Durchschnitt. Der ist noch, das ist die statistische Welt. Ich weiß, dass Sie wieder irgendeinen Einzelfall finden, wo Sie Ihre Tränen drösen rühren dürfen. Das können Sie ja gerne machen, aber es ist nun mal schlichtweg statistisch so, dass der Alte heute noch lange Jahre mobil ist. Und dass wir auch eben halt unter den 50-Jährigen noch Konsistenzen haben, die wirklich fit sind. Es gibt Landsmannschaften in Deutschland, die sehen das Glas hier halb leer. Warum ist eine Landsmannschaft genetisch disponibel? Die landwirtschaftliche, genetische Disposition ist sozusagen das halbvolle Glas. Also auf gut Deutsch, es gibt sozusagen Leute, die etwas optimistischer in die Welt gucken. Und das ist genetisch bedingt oder landmannschaftlich? Das ist tatsächlich genetische Disposition irgendwo. Und es ist landsmannschaftlich anders verteilt. Also es gibt Frustköppe unter manchen Landsmannschaften und es gibt auch, sagen wir mal, den Rheinländer. Und der ist nun mal anders als die anderen. Ich weiß, was er meint. Der meint, wenn man am Oktoberfest in München die Masse nur halb voll ist, freut sich der Bayer trotzdem. Aber das ist doch ein Quatsch. Aber das ist...